Dynamo TV wird präsentiert von Asti. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DFB-Pokalspiel zwischen der SG Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld. Die Partie endete mit 0 zu 1. Ich begrüße alle Gäste in den VIP-Räumlichkeiten des DDV-Stadions sowie die beiden Trainer. Hier vorne neben mir Karsten Rump von Bielefeld und unser Cheftrainer Uwe Neuhaus. Glückwunsch herum zum Weiterkommen. Wie fällt Ihr Fazit zum Auswärtssieg hier in Dresden aus und zum Weiterkommen im DFB-Pokal? Zunächst einmal muss man sagen, um so ein Spiel gewonnen zu haben, da braucht man auch echt ein bisschen Glück. Muss man einfach sagen, als unser Salga in der zweiten Halbzeit das Ding von der Linie kratzt mit dem Kopf, da war mir eigentlich schon klar, dass wir das Ding hier durchziehen können. Aber man muss halt einfach sagen, dass natürlich Dresden mehr Chancen hatte als wir. Aber in unserer Situation ist es halt auch einfach so, dann braucht man einfach so einen Abend wie heute mit ein bisschen Glück, wo man halt einfach über die 95 Minuten das Ding dann durchzieht. Und das hat sich die Mannschaft wirklich ganz, ganz hart erarbeitet und es ist vielleicht kein überragender Fußball. Aber wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und da bin ich sehr, sehr stolz auf die Truppe. Herr Rump, vielen Dank für Ihre Analyse. Uwe, wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Ja, ähnlich. Für mich war es der absolute Klassiker, Gegner entlässt den Trainer. Truppe reißt sich zusammen mit Kampf und, so wie es Herr Carsten auch gesagt hat, mit Glück kannst du dann so ein Spiel hinlegen. Hast eine Chance, machst sie weg und alles andere wird vereitelt. Ich kann meiner Mannschaft wirklich keinen Vorwurf machen, mit Ausnahme des einen eben die Torschancen noch nicht mal als fahrlässig liegen gelassen zu haben, aber eben einfach nicht verwertet zu haben. Ich habe in der ersten Halbzeit fünf Striche auf in meinem Zell, heißt also fünf richtig, richtig gute Torschancen. Ja, und mir ging es dann ähnlich, als der Kopfball dann noch von der Linie geholt wurde. Ja, dann konnte man das Ende schon ahnen und ich habe es selber auch nicht sehen können, dass es ein Elfmeter an Stefan Kutschke war. Gut, das kommt dann noch oben drauf, aber das ist nicht entscheidend. Ich glaube, dass wir in den letzten beiden Spielen, wenn man da alle Chancen zusammennimmt, zwei Punkte in der Meisterschaft und die nächste Pokalrunde haben liegen lassen, dadurch, dass wir eben die Chancen nicht verwertet haben. Und daran müssen wir arbeiten. Alles andere war richtig, richtig gut von der Mannschaft. Die Einstellung stimmte, die Leidenschaft stimmte. Sie wollte mit allem, was sie besitzt, wollte sie die nächste Runde erreichen und deswegen kann ich ihr auch keinen Vorwurf machen. Danke. Uwe, vielen Dank für dein Statement. Jetzt ist Zeit für Ihre Fragen. Mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen, dann kommt das Mikrofon via Frank Schmidt zu Ihnen. Wer hat die erste Frage? Sind Sie bitte so lieb und sagen Ihren Namen und das Medium, für das Sie arbeiten. Na klar. Daniel Neuhaus für den WDR. Das ist eine Frage an Carsten Rump. Sie hatten, ich glaube, nur drei Trainingseinheiten mit einer völlig verunsicherten Mannschaft. Was war das Wichtigste, wo Sie angesetzt haben vor diesem Spiel? Ja, also was mir halt ganz wichtig war, ist halt die Tatsache, dass ich ein bisschen auch reinhorchen wollte, auch mit jedem Einzelnen auch mal sprechen wollte, wieso die Meinung so insgesamt ist. Und ich glaube, diese vielen Einzelgespräche haben halt auch einfach dazu geführt, dass wir uns für diese Aufstellung auch entschieden haben. Das muss ich ganz klar sagen. Die Mannschaft hat da einen großen Anteil dran gehabt und letztendlich dann aber auch heute die Pflicht gehabt, das dann auch umzusetzen. Und das war eigentlich so der Inhalt der letzten drei Tage. Wer hat die nächste Frage, wenn noch Fragen offen sind? Keine Fragen offen? Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Unseren Gästen aus Bielefeld einen angenehmen und sicheren Heimweg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.